Letzte Woche war ich beim Friseur. Ich habe mir die Haare schneiden lassen. Die Friseuse hat mir einen kurzen Haarschnitt gemacht. Davor hatte ich längere Haare, lange Haare hatte ich davor. Wie findest du meinen neuen Haarschnitt? Ich muss mich noch ein bisschen daran gewöhnen. Ich bin nicht daran gewöhnt, kurze Haare zu haben. Meine Haare sind ganz kurz. Trotzdem bin ich zufrieden über meine neue Frisur. Und du, was hältst du davon? Wann warst du zum letzten Mal beim Friseur? Du kannst es mir in die Kommentare schreiben. Wenn du Deutsch lernen willst, empfehle ich dir meine Webseite. In der Beschreibung findest du einen Link, um meinen E-Book kostenlos herunterzuladen. Du brauchst kein Geld bezahlen. Ich schenke dir mein E-Book mit meinen besten Tipps, um Deutsch zu lernen. Bis dann! Tschüss! Untertitelung des ZDF wir im Auftrag des ZDF! Die